Halli Hallöchen, da ist er wieder, euer Jagd-Zall-Bottchen und wir spielen wieder Eco. Es geht weiter. Ich bin dabei hier so langsam mein Krams aufzubauen. Stückchenweise Step by Step. Und, gehen wir mal runter. Ich habe nicht mehr allzu viel Futter, glaube ich. Hm, jetzt habe ich da noch nicht. Sonne kann ich jetzt noch, habe ich noch mehr davon irgendwo? Nee. Also auf jeden Fall Mörtel machen. Für mehr Steine. So. 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 Wird langsam etwas. So. 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 ih 있는 Geräte. dann brauchen wir auf jeden fall noch holz dann hacken wir mal einen baum weg hier ist gleich das werkzeug kaputt so reparieren habe ich noch steine weg mit dem stamme so ich müsste mich jetzt echt dann auf steine klopfen konzentrieren damit es xp punkte kriege dann an sich brauche ich gar nicht so viel holz wenn ich gleich direkt alles mit steinen machen kann muss ich mich ja nicht mit holz abmüden gut 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 ein paar machen wir auf jeden fall nochmal 20 stück zack so das haben wir auch damit können wir dann hier auf jeden fall dann gleich das dach zu machen wieder und dann hacken wir noch ein bisschen stein jetzt bin ich hier rausgeglitscht so wie es aussieht hacken kaputt packer heil machen nicht genügend rox ok dann müssen wir das einsammeln nicht gerade die schlange so sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön so zack nach unten komme hier stehe ich bin ja anerkannt also ich muss nach unten das heißt ich könnte ja ganz simpel jetzt machen wir erstmal wir machen jetzt die Erde ausschleppen hier das ist nun weg nach unten eine kleine treppe nach unten die erde muss weg und dann gehen wir erstmal hier runter würde ich sagen runter dann für später muss ich mir auf jeden fall noch überlegen wie ich das mache mit dem fahrzeug hoch und runter erst mal runter auf steinebene dann gucken wir mal weiter sobald hier keine erde mehr ist geht es ein bisschen besser da muss ich nicht die ganze zeit hin und her so so sehr gut sehr gute gute mann ich muss gar nicht hüpfen glaube ich muss ich hüpfen hier kann ich direkt so hochlaufen ohne springen kaum gesagt bin ich wieder gesprungen gut, 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 das kann weg das hier gilt ach so, weil das Dach nicht drauf, ich wollte grad sagen, wieso gilt das jetzt nicht als Raum mangels Dach gut, dann jetzt Hacker der kommt weg zur so dann noch mal Schaufel noch muss ich ein bisschen mit der Erde spielen also ein Fußboden 1, 2 da machen wir ich weiß gar nicht wie hoch so ein Ding sein muss ich glaube 10 10 passen übereinander 1, 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 13 14 15 15 15 15 15 15 15 Das ist der Fünfter. So, das geht noch da. Fünfter. Ah, hier ist schon das andere. Sehr schön. So, dann schaufeln wir mal. Warum ist jetzt kein Ton? Disconnect. Okay, ich muss mich neu connecten. Ja, da hat er mich disconnected. Das heißt neues Spiel. Ich habe das nicht gespeichert als nur. So, wo ist denn das? An der Welt eigene. Die Welt ist offen an. Warum? Ja, die Welt ist offen. Tag 52. German Underworld. Ich glaube das war die hier. Ich bin mir nicht sicher. Eigennotzt, No Meteor, Hauptstadt. Nee, die hieß anders. So, passiert jetzt noch was. Das ist natürlich ärgerlich. Ah, komm mal hier. Weiter mit. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. ok, also die Welt hieß Chill Lens xl aber das Spiel scheint abgestürzt zu sein oder ja, Mods werden heruntergeladen Downloads, ne alles alles gut ich kann halt auch nicht auf Beenden klicken na gut, dann können wir nichts machen dann muss die Folge jetzt leider enden und trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen und hier die German, vielleicht gucke ich mir die auch nochmal an aber wir machen auf jeden Fall weiter mit Chill Lens xl bis zum nächsten Mal Euer Xavatsche Ring on